Hi! Bist du es auch leid, diese Masken aufzusetzen, im Wartezimmer zu warten und abhängig von deinem Arzt zu sein? Mein Name ist Tina oder auch Frau Doktor und ich habe eine Lösung für dich. Und zwar habe ich dieses Buch für dich geschrieben. Intuitiv gesund werde dein eigener innerer Arzt. Hier lernst du, wie du deine Gedankenkraft und deine Intuition für deine Gesundheit und eine glückliche Zukunft einsetzt. Hol dir jetzt das Buch und werde dein eigener innerer Arzt.